Hi, mein Name ist Richie Bitsch. Da der Clemens leider nach einer legendären Woche schon weg ist, werde ab jetzt ich euch von X-Jam brechen. Erzähl mal, wie geht's dir so? Wie ist dein erster Eindruck von X-Jam? Es ist echt voll super. Es ist alles da, was man braucht, wenn man Urlaub machen will und nur Leute, die Spaß haben wollen. Es ist echt cool. Einfach, man kann es sich nicht vorstellen, wenn man zu Hause sitzt und für die Matura lernt und dann ist man da und alles ist so perfekt und es ist echt super. Du bist der? Ich bin der Lucky, servus. Hi Lucky. Was waren deine ersten Eindrucke? Wie gefällt es dir? Erzähl einfach einmal. Ja, es ist voll fett. Also man kann richtig schön Party machen, super Bier, super Strand, super Musik, nette Leute. Das heißt, für dich ist alles perfekt? Ja, würde ich schon sagen. Ich bin der Joy. Und wie taugt ihr bis jetzt? Was ist denn dein erster Eindruck? Es ist super, es ist der Hammer. Echt? Voll ist lässig. Es ist besser, als ich mir es erwartet habe. Sommer, Sonne, Sonnenschein, Paradise. Paradies, super. Das heißt, was erwartet ihr noch? Wie glaubst du, es wird noch besser? Kann es noch besser werden überhaupt? Ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Aber ich bin mir sicher, dass das wird. Besser geht es gar nicht mehr, oder wie? Nein, nein. X-Charm ist legendär. Nein, nein. Ja, nein. Schrauber-Dia Untertitelung Untertitelung